Der IG Nobelpreis 2019 in Physik wurde an Wissenschaftler verliehen, die herausgefunden haben, wie und warum Wombats würfelförmige Kötteln produzieren. Liebe Leute, heute geht es um die Frage, warum Wombats würfelförmige Kötteln produzieren. Zunächst mal, in der Natur sind eigentlich die meisten Sachen rund, also wie zum Beispiel die Erde oder Wassertropfen oder auch so Kiesesteine. Währenddessen in der Technik, wenn wir das mit unserer Intelligenz formen, sind viele Sachen viereckig, also Wände zum Beispiel, Bücher oder Parkplätze oder eigentlich unsere ganze Umgebung ist viereckig. Ein Aufeinandertreffen dieser beiden Philosophien haben wir bei der Kamera, da ist das Objektiv nachgebildet dem menschlichen Auge oder überhaupt dem Auge und das ist natürlich rund. Währenddessen die Bilder, die wir dann angucken, die sind unweigerlich viereckig. Und da haben wir so eine Kombination. Eigentlich werden die Bilder in einer Kamera aufgrund der Rotationssymmetrie auch rund, aber die Menschen wollen eben etwas viereckiges haben. Gut, die Natur macht also immer etwas Rundes und das gilt auch für die Kötteln ungefähr aller Lebewesen, auch von uns selber. Die sind immer rund. Und das Grundprinzip, also diese Sache, wie wir unsere Verdauungsprodukte loswerden, also die festen, das ist das Strangpressen. Wir haben also so eine einigermaßen verformbare Materie, die also jetzt da am Ende des Darms ankommt und dann haben wir die Darmöffnung und die ist eben immer rund. Und wenn wir da etwas da durchpressen, dann kommt immer etwas mit einem runden Querschnitt heraus. Das kann, wenn es ziemlich lang wird, dann wird es eben eine Wurst oder wenn es kleine Einheiten sind, die irgendwie zerbrechen, dann werden es eben diese Kötteln so kleine, runde Objekte. Dann stellt sich noch die Frage, warum der Darmausgang eigentlich immer rund ist. Und das liegt daran, dass dieser Schließmuskel, der ja so rundherum geht, dass der eine konstante Tangentialkraft hat. Also die Kraft, die jetzt im Schließmuskel drumherum verläuft, die ist konstant und das gibt eigentlich immer etwas Rundes. So ähnlich wie beim Luftballon, wenn ich den aufpuste, dann ist diese Membran auch gespannt und da ist überall dieselbe Kraft in der Membran. Und die Lösung eines solchen Problems in der Physik, das ist immer etwas Rundes. Deswegen sind Darmöffnungen eben auch rund und Kötteln auch immer rund. Die eine Ausnahme, dass alles in der Natur und insbesondere die Kötteln rund sind, ist der Wombat, der eben tatsächlich würfelförmige Kötteln produziert. Und da stellen sich zwei Fragen, wie macht der Wombat das und warum macht er das? Aber zunächst mal, was sind denn überhaupt Wombats? Wombats sind ausgesprochen sympathische Beuteltiere, die in Australien leben. Und sie sehen so ein bisschen aus wie ein zu groß geratenes Meerschweinchen, wobei sie also wirklich zu groß geraten sind, denn sie reichen bis zu 40 Kilogramm und kommen dann eben so in die Preisklasse vom Schäferhund. Aber deutlich tiefer gelegt, weil die Beine sehr viel kürzer sind als beim Hund und ein kleiner, kurzer Stummelschwanz. Also wirklich sehr putzige Tiere, die noch dazu strikte Pflanzenfresser sind. Also wirklich sehr friedlich. Gut, ja, wie machen die jetzt diese viereckigen oder würfelförmigen Kötteln? Und das haben die Forscher untersucht an Wombats, die im Straßenverkehr umgekommen sind. Also auf den Fernstraßen in Australien, da kommt es eben auch zu solchen Tierumfällen. Und dann kann man eben an diesen Tieren dann, die werden seziert, sehr genau untersuchen, wie das da am Hinterteil funktioniert. Und die Forscher haben herausgefunden, dass also der Darminhalt zunächst mal fast flüssig ist und auf den letzten paar Zentimetern bis zum Darmausgang, da wird also das Wasser extrahiert. Das wird sehr viel trockener, die Masse, und dadurch also fast schon fest. Und mit sehr starken Muskeln wird dann diese Masse so viereckig gepresst. Also die Darmöffnung am Hinterausgang des Wombats ist wirklich ungefähr viereckig. Und das ist eben sehr ungewöhnlich. Und das wird durch ein spezielles Arrangement dieses Schließmuskeln oder es sind mehrere Muskeln dieser Muskeln erreicht. Und dann wird diese Masse, die also schon sehr trocken und fest ist, da durchgepresst und dann kommt eigentlich ein viereckiger Strang, also so eine Art Balken dabei heraus. Aber es gibt noch zusätzliche Muskeln, die diese relativ trockene, bröselige Masse dann noch zerbrechen, sodass wir kurze Stücke bekommen. Und das sind dann eben die Würfel. So funktioniert das bei diesen Wombats. Dazu notwendig ist allerdings insgesamt ein sehr stabiles Hinterteil. Und die Tiere haben dieses Hinterteil, um sich gegen Fressfeinde zu verteidigen. Und zwar, sie leben in unterirdischen Höhlen, ähnlich wie Dachse. Sie sind sogar die größten bekannten Tiere, die Höhlen graben. Und wenn jetzt ein Fressfeind von außen in die Höhle versucht einzudringen, dann dreht sich das Tier, was seine Höhle verteidigt, um und blockiert mit seinem Hinterteil den Eingang vom Gang und dreht das Hinterteil dem Angreifer zu. Und der Angreifer, der sieht dieses sehr starke, panzerte, muskulöse, also dicke Haut und Muskeln, Hinterteil und kann da kaum angreifen. Und so kommt es, dass die Wombats eigentlich kaum natürliche Feinde in ihrer Umgebung haben. Aber dieses starke Hinterteil ist eben auch sehr nützlich, wenn man viereckiges Strangpressen machen will. Es bleibt die Frage, wozu die Wombats diese würfelförmigen Kötteln produzieren. Der Grund ist, dass sie damit ihr Revier markieren. Es ist so, dass diese Wombats kurzsichtig sind und mit dem Geruch, das funktioniert auch nicht so gut. Das heißt, wenn Sie die Kötteln zur Reviermarkierung benutzen wollen, dann müssen sie gut sichtbar irgendwo deponiert werden, damit die kurzsichtigen Artgenossen sie eben sehen können. Und das machen Sie, indem Sie also erhabene Geländemarken nehmen, wie zum Beispiel einen Felsen, der so ein bisschen rauspiekt, und dann legen Sie die Kötteln oben drauf oder auch seitlich ein bisschen an den Hang. Auf jeden Fall aber gut sichtbar. Und wenn die Kötteln jetzt rund wären, dann würden sie einfach runterrollen, dann würde man sie nicht mehr sehen. Und wenn sie viereckig sind, dann bleiben sie da eben liegen. Also dieser Grund hat eine bestechende Einfachheit. Man kann sich auch vorstellen, dass in der Frühphase der Evolution vielleicht einige Wombats noch runde Kötteln gelegt haben, die dann aber runterrollten, und dann konnten sie ihr Revier nicht so gut markieren und hatten einfach nicht so gute Überlebenschancen. So kommt es also dazu, dass Wombats würfelförmige Kötteln liegen. Und ich finde es also sicher eine bedeutende Erkenntnis der Naturwissenschaft, dass sie erstens herausgefunden hat, wie die Wombats das machen, und zweitens, wozu sie das machen. Das war's für heute, und bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann drückt bitte hier auf Like, und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann findet ihr die hier.